Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight im Krähenhorst mit der Jägerin. Die Talente, die ich heute dabei habe, sind die drei von der Jägerin an sich. Fluch, Wiegenlied der Jägerin, Gebietszwang und Raubtier. Und als viertes Talent niemand entrinnt. Ne? Da warst du ja gar nicht dran. Was soll das denn? Wo bist du hingelaufen? Ja, also das vierte Talent ist, niemand entrinnt den Tod. Okay. Okay. Ja, schockierend. Gut, das. Da. Oh. Oh, das. so ernsthaft na gut das machen wir noch einmal mit das macht es nicht besser nicht zu blenden kuckuck ist er jetzt stehen geblieben ich habe fast mitleid mit dir aber eben nur fast so da nicht da nicht das war doch mal in hier guckst du denn da wie gefällt dir das kleiner mann ich habe dich gesehen aber das interessiert mich nicht ich habe mein opfer das wirst du so nächster versuch genutzt ja geschieht dir recht ja da schweingart so ist mich mit dir in die ehrenrunde gegangen ich muss so extra äh beide entschuldigung ich habe gefühlt noch keinen wirklich also ich habe das gefühl dass ich so noch nichts gemacht habe so ich habe das so ich habe das mal direkt im aeroporten wieder gleich Ja, war er. Ich geh jetzt. So, da läuft's so genau. Ich schlafe dir wieder hinterher. Aber ich will dich. Und ich kriege dich. Nicht mit mir. Nope. Geht doch. Neue Munition holen. So, jetzt muss ich mal gucken. Tja, dich will ich aber nicht. Ich muss verhindern, dass sie die Generatoren machen. Da ist jemand. Ja, den Generator mache ich jetzt. Du wirst es sein. Oh, bist du. Oh, meinst du. Fertig? 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 Oh, ich weiß ja nicht. Oh. Oh. O-oh. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, mein Freund. Ja, ich hab dich genau gesehen. Das ist heute nicht dein Glückstag. In keinster Weise. Jep, du bist Geschichte. Sag doch, Taschenlampen und ich, das ist nix mehr. Uh, da hab ich dich getroffen. Na, und da sieht's schlecht für euch aus. So, du kommst an diesen Haken. Da steht extra dein Name drauf. Du hast aber auch schöne Schlappenhörchen. Da tut's mir ja fast um die Schleid. Aber nur fast. So. Und du kommst auch an einen Haken. Ohne Ausnahme. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr wickeln. So. Neue Beile. Wow. Krasser Weitwurf. So, erledigt. Mal hier. Erledigt. Mal hätte ich mir noch. Fupp. Niemand ist hinkommen. Erbarmungsloser Killer. So liebe ich das mit der Jägerin. Acht Überlebende niedergestreckt. Hab ich auch. Sehr schön. Ein tägliches Ritual gab's leider nicht heute. Obwohl als Ritter. Aber den Ritter zu spielen ist Glückssache. Momentan ist das ja so, dass man sich nicht bewegen kann. Sondern nur dieser Cursor zu bewegen ist. Und das tut's einem nichts. Ansonsten würde ich den Ritter super gerne spielen. Weil ich find den echt klasse. Und auch die Map von ihm ist super gemacht. Also detailgetreu. Also da in den ersten Malen, wo ich die gespielt habe, hab ich mich am Tag, dass ich da einfach nur rumgestanden hab und in die Weltgeschichte geguckt hab. Einfach nur um zu gucken, wie der aussieht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, alle vier bekommen. So muss das sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich freu mich über jedes Kommentar. Und ein Like freu ich mich auch. Über ein Abo genauso. Und ich hoffe, dass ich euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen darf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.